soo Texturen Werdet besser Ähm Okay Wir sind wieder da In den Borderlands Oder Whatever Okay Jetzt sind die Texturen wieder Ganz toll Ähm Wir waren stehen geblieben bei Quest aussuchen In ähm In ähm Black Ähm Dingens Da Da genau Yo Ja Catch a ride Haben wir Schon genommen Wenn dann plötzlich Okay Hey Hier spricht Scooter Wenn es dich irgendwo da draußen in Firestorm gibt Solltest du Mit meinem Catch a ride versuchen Ähm Ist Du findest mich gleich südlich von der Stadt Ist schon seit Monaten nichts mehr los Und ich bezweifle Dass es mit Nine Toes und den anderen Baditen im Anmarsch überhaupt noch funktioniert Okay Dann gehen wir da mal hin Der Start Oder der W-Punkt Der zeigt uns auch den Weg Kann sein, dass für euch jetzt irgendwie was komischer aussieht Weil ich hab die Auflesung geändert Ich hab gesehen, dass die Auflesung nicht 1600 mal 1000 Äh 1680 mal 1050 war so und 1600 mal 1200 Habe ich also geändert So Das ist also ne Catch a Ride Station Verlust Verlust Na Hey Ich bin Scooter Ich betreiben die Catch a Ride Station und warte für die Fahrzeuge Sieht aus als hätte ich recht Die Station ist außer Betrieb Lass mal das Diagnoseprogramm laufen und sehen nach was da los ist Okay Was? 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 Was ist denn ein Aschloch? Was ist denn ein Aschloch? Wer feuert? Da hinten Killer Bandit Oh 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 Ah So Jetzt bist du tot Du doofer Du doofes Arsch Was wird dabei? Du weißt ja nix mehr Was? Halt doch ab Ihr seid viel zu low für mich Aber ihr gebt Geld Und ihr gebt Munition Das ist auch Cool Das cool Okay Ihr könnt bleiben Mein Film wenn ihr wollt Aber nur wenn ihr wollt Ansonsten könnt ihr gehen Gut Ähm Diagnoseprogramm laufen lassen Ähm Wo? Was? Ah Muss man mal in die Stadt? Nö Kein Bock Mach mal Was ist denn die Stadt? Ähm Das ist nicht die Stadt Wir müssen Gott Ne Wir müssen nicht zu Gott Ähm Häufig doch mal Ich weiß oh Gott Ähm Stiller Bandit Hast du sie auch Stirb Oh mein Gott Schaden Ist heftig Oh oh mein Gott Okay Let's continue going Wherever we Want Ähm Oh nö nicht noch mehr Banditen Bonehead Was ist das? Was ist das? Was zum Bist du ein Mensch Oder bist du ein Tier? Oder Was bist du? Was? Evil Schaden Hält dich Was zum Geier? Na bitte Ich töte dich Schläger Wieso nimmt der keinen Schaden? Was ist los? Was zum Verfing Was war das? Äh Kapier 259 Ja Spins Denkt Ich bin bescheuert? Ich bezahle auch keine 250 Dollar Weil ich irgendwie Tot bin Und Kein Plan Weil mich irgendein Cheater Spiel Darum gecheatet hat Muss ich hier erst Zehnhundert Stunden Leveln bis ich dahin kann Oder was? Hä? Was ist das? Die Gegner haben unendlich Leben Die ziehen mir 50 Leben ab Pro Schuss Äh Was ist das bitte? Und das sieht aus wie das Ubisoft Logo immer So Bonehead erledigt Was? Ich soll den erledigen Bitte? Bitte? Okay Wie du willst Dann brechen wir die Quests halt ab Oder Wir machen einfach eine neue Weil Der ist ein paar Levelchen so hoch Ich glaube ich Ich glaube den kann man nur übersehen wenn man Level 20 ist Also Machen wir halt andere Quests bis wir Level 20 sind So Ganz einfach Ähm Bonehead der Dieb Ich guck mal Ohne ich tippe auf Bonehead Hier Okay Geh mal wieder zu TK Und nicht zu diesem irren übel heftig Voll Trottelding Oh boah Ja ich brachte die jetzt einfach nicht Die level mich nicht mehr glaube ich denke ich Summ B Gold will nur Die Meistens ihr der stelle meistens aber ich kenne aber ich bin nicht zu sehen seit dem Tod meiner Frau kommt noch selbst der Vincent oder GK für Leib und Leben Level 7 Level 9 8 du für Leib und Leben und seine Prothese zurück